ich stehe auf einen neuen sprung und wir haben auch die frage von euch gestellt bekommen wie finde ich denn jetzt heraus wie schnell ich dafür eigentlich sein muss und ja genau darum geht es natürlich wenn man neue features meistern will das war das thema des heutigen videos sein ich würde sagen kurze intro und dann legen wir los hallo herzlich willkommen bei der bikeschule rock my trail wir haben vor kurzem bei instagram eine umfrage gemacht weil wir heute mal wieder fahrtechnik videos filmen sind und wenn du das gerne auch machen würdest deine tipps und fragen loswerden und wir die vielleicht im video aufgreifen sollen dann schaut doch gerne bei instagram von bei rock my trail und folge uns da auf jeden fall denn dann kannst du genau deine fragen auch stellen und wir greifen sie vielleicht beim nächsten video auf heute soll es darum gehen wie finde ich die richtige geschwindigkeit für features wie finde ich eigentlich beim ersten mal heraus dass ich die richtige geschwindigkeit habe und dafür habe ich heute extra eine stelle herausgesucht die ich auch noch nie gesprungen bin wo ich also selber jetzt für mich auch herausfinden muss wie schnell muss ich sein ihr seid in der landung ich stehe beim absprung ich habe es gerade schon abgelaufen man müsste so sieben bis acht meter springen das heißt wir brauchen auf jeden fall hier schon einiges an geschwindigkeit denn ihr habt vielleicht im intro gesehen der absprung ist eher so eine gerade holzrampe also wir haben keinen kicker der uns extra in die luft katapultieren wird sondern wir haben eher eine rampe eine gerade das heißt wir haben eher eine flugkurve die so gehen wird als dass wir jetzt noch erst viel höhe generieren heißt für mich um es einzuschätzen ich muss eher was schneller fahren weil ich kann jetzt durch aktiveres rausspringen durch höher springen hier gar nicht so viel rausholen wenn man sich dieses feature diesen sprung den wir jetzt hier gerade haben in der line anguckt dann sieht man dass die anderen springe auch relativ groß sind das heißt wahrscheinlich wird die line auch so gebaut sein dass ich hier mit sehr viel schwung angerollt komme schritt zwei ist natürlich von oben rein zu gucken das heißt wir stehen am absprung sehen alles klar bis in die landung sind diese 78 meter da brauche ich ein bisschen speed du wirst natürlich im absprung in der absprung phase dich lotrecht aufrichten wie wir das bei vielen anderen sprüngen auch schon gemacht haben wenn du solche sprünge das erste mal springst und die richtige geschwindigkeit einschätzen willst sind eigentlich zwei sachen ganz elementar oder vielleicht sagen wir sogar drei sachen punkt 1 wäre natürlich habe ich erfahrungswerte die mir sagen ja sowas bist ja schon mal gesprungen als aufgeschütteten als aufgeschüttete welle so dass wir vielleicht gar kein richtiges gap haben ja dass ich also weiß habe ich schon mal gemacht nur halt ohne luft dazwischen punkt zwei wäre zu wissen was muss ich machen habe ich eine reproduzierbare sprung technik oder ist der jetzt schon so groß dass ich eigentlich angst habe dass ich gar nicht so richtig weiß was ich machen soll dann ist es vielleicht das falsche feature wenn du dich neuen sachen meistern willst dann sollten die idealerweise in einer komfortzone oder am rand deiner komfortzone und nicht super weit außerhalb deiner komfortzone sein und punkt drei cool ist im bikepack natürlich auch immer sich einfach daneben zu stellen und zu schauen wie springen die nächsten drei Leute hier drüber was machen die ist das etwas was ich denke ich reproduzieren kann also eine aufrichtung lotrecht machen die irgendwas ganz anderes was ich noch nie gesehen habe und auch ein gefühl für die geschwindigkeit zu bekommen das haben wir heute nicht dafür bin ich aber heute da um euch zu sagen wie schnell muss ich sein idealerweise würde ich so arbeiten dass ich am anfang eher etwas schneller fahre als ich denke denn wir haben ja immer das verhältnis je weniger schnell ich fahre und je aktiver ich mich aus dem rad raus drücke mit dem fahrrad abspringe desto eher kann ich in landung kommen hätte ich vielleicht mehr eine parabel habe gerade schon gesagt wir haben eher eine rampe das heißt so richtig schön raus springen können wir hier nicht auf der anderen seite wenn wir mehr geschwindigkeit haben müssen wir weniger tun das heißt wir können uns jetzt darauf konzentrieren die richtige geschwindigkeit zu finden weil wir ja auf der anderen seite schon wissen dass wir beim springen machen müssen ganz wichtig wenn ihr solche sachen große neue sachen richtig springen lernen wollt und punkt drei wäre jetzt mir auch selber noch mal einen point of no return zu legen wo ich sage okay ich rolle an ich gebe vollgas ich fahre so schnell wie ich das für richtig erachte und wenn ich aber irgendwie das gefühl habe irgendwas passt nicht dann gibt es noch mal einen ganz konkreten punkt das kann ein stein sein wir legen gleich zwei hütchen hin wo wir sagen ab da check ich ziehe durch dann ziehe ich durch nein dann halte ich an und mache es nochmal ganz kurz bevor wir weitermachen möchte ich den partner des heutigen videos vorstellen und das ist platzangst heute trage ich zum beispiel wie du hier gerade siehst die hybrid zwei hose in dunkelblau enger beinabschluss und an den richtigen stellen verstärkt der bundes verstellbar und ich habe zwei coole hosentaschen richtig geile hose gerade mit einer übergangszeit aber auch wenn es ein bisschen wärmer ist mein absolutes neues lieblingsstück was wir benutzen findest in der video beschreibung ich würde sagen wir gehen zum nächsten fahrtechnik tipp da ich glaube dass man für diesen sprung relativ schnell sein muss und wenn ich jetzt noch mal zögern will und noch mal abbremsen möchte brauche ich natürlich ausreichend brems weg würde ich die hütchen hier wahrscheinlich eine ganze ecke weiter nach hinten legen dass ich sage wenn ich hier durchgefahren bin dann ziehe ich entweder durch oder ab hier würde ich hart ankern um mir anhalten zu können achtung heute ist trocken das heißt auf dem holz kann ich gut bremsen ist es bei dir nass ist der punkt weiter vorne punkt zwei ihr habt gefragt ich schätze das richtig ein ich finde selber interessant wir haben gerade schon darüber gesprochen wie schnell man wohl ist ich gebe mal meinen wert ab und würde sagen man muss ungefähr zwischen 40 und 45 km h schnell sein um hier in die landung zu kommen um das zu tracken machen wir heute mal live experiment ich lasse komoot laufen und gucke wie schnell war ich wir haben gerade gemerkt dass unsere lieblings app komoot das gar nicht aufzeichnen kann aber strava kann es 45,7 beim ersten durchlauf bei 45,7 km h war ich schon relativ weit drin und habe auch den nächsten table direkt mitgenommen normalerweise ist natürlich so dass du auch in der landung noch zusätzlich beschleunigst weil es ja bergrunter geht beim zweiten mal habe ich deshalb den sprung mitgenommen bin ein bisschen langsamer gefahren gefühlt gelandet und habe vor dem neuen nächsten sprung abgebremst und dann waren es 38,1 km h also ich denke so was um die 40 km h was ich in meiner erfahrung oder meinem gefühl hatte passt für den sprung ganz gut wenn du dir natürlich ein paar mal gesprungen bist und dann merkst die geschwindigkeit reicht um reinzukommen kann man natürlich auch geschwindigkeit weiter reduzieren und mit mehr abdrücken also mit mehr aufricht lotrichter aufrecht bewegung springen und das zum beispiel nutzen um noch einen trick einzubauen aber wie gesagt da hilft mir jetzt über zehn jahre erfahrung als trainer und auch über 15 jahre 18 jahre aktives mountainbiken dass ich weiß der sprung macht mir keine angst bin sogar schon mal gesprungen und ich habe ja gesagt ich schätze man muss nicht so langsam sein ich denke mit 40 auf den sprung drauf zuzufahren ist schon relativ flott ich weiß aber auch dass natürlich keiner noch in der brille eingeblendet bekommt wie schnell muss man sein apropos in der brille eingeblendet bekommen wir haben eben gedacht das wäre ein cooles feature was man eigentlich mal haben könnte wenn man wüsste okay die die geschwindigkeit ist grün du bist schnell genug dann werden wahrscheinlich viele sachen deutlich einfacher wenn dich solche tipps wie wir sie jetzt gerade haben oder der release von dieser coolen brille interessiert dann schaut doch auf jeden fall mal dass den kanal abonnierst denn wir werden jede woche solche fahrtechnik videos machen um euch solche features und euch solche tipps zu beantworten die frage kamen aus der community wie schätze ich die geschwindigkeit richtig ein mein tipp am anfang etwas flotter schauen ob du andere beobachten kannst lieber mit weniger impuls abspringen und lieber über geschwindigkeit arbeiten am anfang und wenn du das dann kannst langsamer werden wie schätze ich am ersten mal die richtige geschwindigkeit ein das war die frage aus der community und das haben wir hier im bike park osano an diesem feature heute mal ausprobiert wenn du sagst du was willst du auch trainieren du hättest gerne jemanden der dir vielleicht sagen kann wie schnell man sein muss oder dich drüber zieht entsprechend schnell fährt dann ist natürlich cool wenn du einfach mal in einem kurs vorbei kommst denn wir haben jede menge trainer die super viel erfahrung haben und vielleicht auch wie ich mehr oder weniger genau einschätzen können wie schnell muss ich sein und die solche sprünge näher bringen und dich auf schnellem weg zu einem besseren biker oder einer besseren bikerin machen wenn du sagst du willst dir mehr fahrtechnik tipps abholen dann schauen wir hier ein passendes video für dich verlinkt hier oben kannst du den kanal abonnieren und hier unten gelangst du zu unserer website zu unseren fahrtechnik kursen oder unseren bike reisen da gibt es auch einige in dem bike park check das gerne aus und dann freuen wir uns wenn wir dich demnächst da begrüßen dürfen